Okay, zurück zum Hero-Phantom. Schon wieder eine Kikimore? Aber die hatte genug mit den Ertrunkenen zu tun, glaube ich. Ah, wobei. Machen wir sie lieber platt. Die ignoriert uns für das ertrunkene Viech. Cool. Schon wieder. Das ist natürlich echt easy. Aber heftig aussehen tun sie auf jeden Fall, die Kikimoren. Sie erinnern mich ein bisschen an Half-Life. Ich weiß auch nicht, warum. An die Headcrabs, glaube ich. Da ist nix. Wo ist denn der gelandet? Keine Ahnung. Egal. So, das war unsere Richtung. Der Sumpf ist zum Glück nicht so groß, wie man meint. Er sieht größer aus, als er eigentlich ist. Das ist aber auch das einzig Gute am Rummelrennen. Im Hin- und Hergerenne. So, der Herr. Wo ist er denn? Wir brauchen den bunten. Hallo. Ja, weißer Wolf. Ich habe da was für dich. Ich habe die Pilze, die ihr wolltet. Ausgezeichnet. Ich werde es dem Trank beimengen und die Vögel losschicken, um ihn zuzustellen. Ist das Treffen vereinbart worden? Ja. Wir werden aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Cool. Ihr habt gesagt, wir würden aufbrechen, wenn ich bereit bin. Also, können wir aufbrechen? Ich bin bereit. Wir treffen uns auf einer Lichtung. Mein Freund hier kommt auch mit. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich habe noch nie an der Seite eines Wüvern gekämpft. Gehen wir. Okay. Da ist er ja. Sollte mich auf den Kampf vorbereiten und mit dem Innovanten sprechen. Der Rest habe ich leider nicht mehr lesen können. Aber wir folgen einfach mal dem Pfeil. Hallo. 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 Lebt wohl. Tja. Schon wieder nichts mit der Karte. Ich bin gespannt. Wenn uns der Pfeil hinführt. Schon wieder in die Höhle? Bitte nicht. Das Umland von Visima, beziehungsweise der Sumpf von Visima hat eindeutig Höhlenbedarf. Es gibt nur eine einzige Höhle für alle. So. Wo ist er jetzt? Hallo? 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 Vielleicht ist er noch nicht da. Dann chillen wir mal kurz am Lagerfeuer und senken unsere Toxität. Auch wenn die Schwalbe dabei leider verloren geht. Aber wir können auch aufskillen. Aufwerten. Zwei Silbertalente. Ausdauer haben wir schon. Machen wir Intelligenz 3. Und dann haben wir noch ein paar Bronze-Talente. So. Das reicht. Ich seh immer noch keinen Hierophanten. Aber ein bisschen Büschelkraut. Ach, da ist er. So. Nochmal speichern vielleicht. Hallo. Ah, ein Schwalbe. Stopp. Ich bin noch nicht so weit. Haltet euch bereit. Sie werden bald ankommen. Ich bin von Geburt an bereit. Hallo. Ach, du grüne Neune. Ne. Ich bring Kikimor mit. Das ist der Roland. Guck mal. Oh, der Typ hat auch eine Menge Probleme da drüben. Sollten wir den Beschützenden. Der heilt uns. Schäfchen? Was für Schäfchen, Alter? Oh, ich glaube, jetzt ist er dann tot, oder? Könnte sein. Ich werde euch töten. Das ist ja weg da. Ich war mal zu weit weg. Super. Das war nichts. Wir hätten eine Schwalbe nehmen sollen. Dann hätten wir das lockerflockig geschafft. Aber ich habe es vor Plan, Freunde. Sorry. Äh. Wo ist der Quick Save? Ich möchte doch den Quick Save laden. Doofes Spiel. Nein, falsch. Ganz falsch. Doch nicht ganz falsch. So. Das da. Gut. Hallo. Halte doch, ich bin. Wir sind von Geburt an breit. Der Anfang läuft gut. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Der Gruppenangriff ist so heftig, wenn so viele da sind. Ich möchte bitte nicht auf diese Seite von dem Vieh, aber das greift nur uns an, nicht die Salamandra. Wie gemein. Boah, ist das krass. Wo viele? Wie viele? Der Roland? So. Man, ein Stück laufen? Wo ist unser Hierophant? Warum hält der uns nicht mehr? Also. Nee. Ach. Warum? Der ist K.O. Warum hält der uns nicht mehr? So, dann den noch. Dann nur noch die Kikimore. Der Rüber hält einiges aus, muss man sagen. Falsches Schwert. Letzter. Bist du fällig. Also, ihr müsst echt feststellen, diese Bosskämpfe feststellen mit S-T. Ja, das schreibt man wirklich so. Diese Bosskämpfe sind echt heftig. Teilweise. So. Und wir haben volles Inventar. Na, herrlich. Da geht's schon los. So. Müssen wir mit dem nochmal reden? Ich glaub nicht. Nein. So. Ich glaub, das war's so ziemlich. Oh. Das war der Chef. Das nehmen wir alles mit. So wie's kommt. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ja, danke gleichfalls. Der war echt cool, der Hierophant. Ja, jetzt reden wir nochmal mit Vasca, würd ich sagen. Einfach mal... ...der Komplettheit halber. Kater. Vasca. Aber da sie uns ja schon den Segen der Wassergötter geschenkt hat, wird wahrscheinlich... ...sonst... ...nichts mehr bei rumkommen. Aber nicht, dass sie noch irgendwas für uns hat und ich dran vorbeilauf. Das wird mich dann auch ärgern. Vorausgesetzt, ich fände es jemals raus. Na, herrlich. Ein ertrunkener. Und noch ein ertrunkener. Ich bin schon gespannt, wie die in Witcher Teil 3 aussehen, die ertrunkenen. Zuerst kommt aber dann noch Teil 2. Und der erste Teil ist auch noch lang nicht vorbei, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, haben wir da noch etliches vor uns. Hoffentlich kriegt sich YouTube bald wieder ein. Denn, wie gesagt, ich hatte Probleme beim Upload. Und es wäre schon wesentlich sinnvoller, 20 Minuten Folgen hochzuladen als zwei 10 Minuten Folgen. Aber gut, so ist es gerade. Kann es sich ändern. Ich beschwere mich nicht. Ja. Fertig. Fertig, fertig, fertig. Alle fertig. Außer Mutti. Ein Fischer. Also, Carmen ist nicht mehr da. Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Das ist so unnötig. So. Jetzt werden wir erstmal diesen komischen Ring los. Hallo. Wo ist denn der Unglückliche? Das Wasser scheint aufgewühlt. Ah ja, das ist ein ordentlicher Regen. Da ist er. Verzweifelt nur wegen so einem ollen Ring. Hallo. Ich war im Sumpf. Ich glaube, ich habe euren Familienring gefunden. Vielen Dank. Bitte. Hier ist eure Belohnung. Danke. Lebt wohl. Tschüssi. Tschüssi. Jetzt ist er wieder glücklich, der verzweifelte Kaufmann. Das ist doch schön. Und als erstes, Freunde, möchte ich jetzt zu Carmen und schauen, ob dieses komische Hemd funktioniert. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ein Versuch ist es wohl wert. Aber ein Versuch ist es wohl wert.